Wir packen heute mal zusammen den elektrischen Bambustischgrill vom Aldi aus bzw. von der Firma Ambiano. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir dieses Jahr allen Empfehlungen zum Trotz einen elektrischen Tischgrill gekauft. Bei mir ist die Situation so, ich habe leider keinen Garten, ich habe nur einen relativ großen Balkon. Mit Kohlegrillen ist glaube ich verboten, leider. Mit Gasgrillen ist mir zu gefährlich, das ist es mir irgendwie auch nicht wert. Die Grills sind nicht gerade billig, ja und bei so einem elektrischen Grill kommt vielleicht nicht das typische Raucharoma mit durch etc. Trotzdem stelle ich mir das ganz schön vor, abends auf dem Balkon zu sitzen und irgendwas auf den Grill zu hauen. Und deswegen möchte ich das mal ausprobieren. Der Grill vom Aldi ist relativ günstig für, ich glaube, knapp 28 Euro. Scheint allerdings auch nicht besonders groß zu sein. Wichtig ist, dass er sicher ist, dass er funktioniert. Wir werden sehen, ob der was taugt. Das werden wir in diesem Video allerdings nicht herausfinden, sondern in einem der nächsten Kochvideos wahrscheinlich. Wartet es mal ab. Also wenn wir dann das erste Mal was grillen, wird das selbstverständlich hier auch als Bewegtbildproduktion dokumentiert und veröffentlicht. Für dieses Video beschränken wir uns erst mal aufs Auspacken des Gerätes. So, das sieht hier schon mal recht appetitlich aus. Mal gucken, was hier noch so mit drauf steht. Also wir haben eine stufenlose Temperatureinstellung, maximal 1800 Watt Leistung. Wir haben eine Warmhaltefunktion. Auf den Seiten stehen auch noch Dinge drauf, die sind aber eher uninteressant. Wir gucken uns mal noch kurz die Rückseite an, denn da haben wir noch ein paar mehr Fakten. Also wir haben einen Temperaturregler. Das sieht auch komisch aus hier mit dem Stecker. Aber okay, schauen wir uns gleich in echt an. Wir haben eine große Grillplatte mit keramischer Antihaftbeschichtung. Geriffelte Grillplatte, glatte Grillplatte. Also da können wir verschiedene Dinge drauf zubereiten. Ein edel anmutender Bambusrahmen aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist da außen rum. Drei Jahre Garantie, wie immer beim Aldi. Und ja, dekorativ. Grillplatte aus Aluminiumdruckguss, keramischer Antihaftbeschichtung, rutschhemmende Gummifüße für sicheren Stand, Fettauffangschale, ca. 160 ml Fassungsvermögen. Das ist auch nicht gerade viel. Wobei ich hier natürlich auch nicht mit zu viel Fett grillen möchte. Große Grillplatte, ca. 44 x 23 cm. Geteilte Grillfläche, glatt und geriffelt. Dann die Komplettabmessungen, 53 x 28,5 x 6 cm. Dekorative Bambusumrandung FSC, zertifiziert stufenlos einstellbare Temperatur. Aluminium, was auch immer das bedeutet, sowie Warmhaltefunktion. Und wir packen das Ding jetzt einfach mal aus. So, das Ganze besteht jetzt aus verschiedenen Einzelteilen. Hier ist auch eine Anleitung dabei. Das hier ist die Grillplatte. Das Ganze, ja, ziemlich ordentlich verpackt mit Plastik und Styropor. Ist halt auch wichtig, dass da nichts verrutscht. Dass da nicht gleich jemand irgendwelche Gewährleistungsansprüche stellt. Und so, verstehe ich schon. So, und jetzt dürfen wir das Gerät selber zusammenbauen. Ich habe das hier schon mal so hingelegt, wie es in der Anleitung beschrieben ist. Wir haben hier diesen Drehknopf für die stufenlose Temperatur. Das sieht jetzt schon etwas größer aus, wie auf der Verpackung. Wir haben hinten die Fettauffangschale. Hier der Bambusrahmen. Und da soll jetzt die Grillplatte rein. Und zwar wie folgt. Einmal hier hineinlegen. So habe ich das zumindest verstanden. So, das Ganze war natürlich verkehrt rum. Also den Holzrahmen nochmal umdrehen. Ich glaube, das Dreieck muss nach unten zeigen. Also ich hoffe, das ist jetzt richtig. Dann müsste hier die Fettauffangschale hineinkommen. So habe ich das jetzt verstanden. Und anschließend kommt der Grill drauf. Oder ist das doch andersrum? Weil das hier sind ja die Standfüße. Ne, das sieht doch falsch aus irgendwie. Wir drehen es nochmal um. Also hier die Fettauffangschale. Unten die Standfüße. Und dann frage ich mich jetzt aber doch, wie der Grill genau hinein soll. Schaut mal, so macht das Sinn. Jetzt ist hier unten die Fettauffangschale. Hier kann das Fett eben abfließen. Und hier rechts ist eine Aussparung. Da kommt dann der Stecker durch. Okay, so schwierig ist es nicht. So, jetzt soll man laut Anleitung irgendwie auf die Grillplatte drücken. Damit die Standfüße der Grillplatte hörbar in den Halterungen des Grundgestells einrasten. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll. Hier rastet nichts ein. Ich glaube aber, dass das so richtig ist. Hier bewegt sich auch nichts. Jetzt soll da der Netzstecker hin. Das Ganze sieht so aus. Keine Ahnung. Der kommt da vermutlich so rein. Brauche ich etwas Kraft. Also einrasten tut hier nichts hörbar. Ich nehme aber an, dass das hier so trotzdem richtig ist. Der Netzstecker ist drin. Das geht nur so rum. Also, dass man hier oben Zugriff auf das Rad hat. Und dann kann man hier drehen. Thermostat, Self-Control. Ja, das Ganze auf eine feuerfeste Unterlage. Und dann kann es, glaube ich, auch schon losgehen. Ja, und das war es dann. Wie gesagt, den Grill auf einen geeigneten Untergrund stellen. Stromanschluss herstellen. Temperaturregler auf ca. 2 Drittel der maximalen Leistung stellen. Man hört ein leises Klicken und die Kontrollleuchte leuchtet. Der Grill heizt jetzt auf. Lassen Sie den Grill ca. 5 Minuten auf den höchsten Temperaturstufen aufheizen. Drehen Sie den Temperaturregler anschließend auf die gewünschte Heizstufe. Dies ist abhängig von dem zu grillenden Lebensmittel. Während Sie z.B. bei Steaks eine sehr hohe Temperatur brauchen, benötigt man für empfindliche Lebensmittel, wie z.B. Champignons oder Fisch, eine geringere Temperatur. Man hört ein leises Klicken und die Kontrollleuchte leuchtet. Der Grill heizt jetzt auf. Sobald die Kontrollleuchte erlischt, ist die eingestellte Temperatur erreicht. Ja, die Kontrollleuchte kann auch wieder angehen. Da heizt das Gerät dann nach. Jederzeit kann man während des Grillens die Temperatur verändern. Ja, und dann sind noch ein paar weitere Hinweise, wie man sich nach dem Grillen verhält etc. Man stellt die Kontrollleuchte auf 0, zieht den Netzstecker und lässt das Gerät abkühlen, bevor man es mit einem feuchten Lappen reinigt. Die Grillplatte selber sollte nicht in Wasser getaucht werden. Das alles könnt ihr aber selber der Anleitung entnehmen. So steht das Teil jetzt da. Ich bin gespannt, das mal auszuprobieren demnächst. Und wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und so weiter. Dann bekommt ihr das bei Zeiten mit, wenn ich das Gerät hier teste. Und das war es dann auch schon wieder von meiner Seite her. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht es gut, vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Das war das Unboxing des elektrischen Bambustischgrills von Ambia. Das war das Unboxing des elektrischen Bambustischgrills von Ambia.